Opferlamm Du wirst den heiligen Leib empfangen Es beginnt jetzt Was zum Teufel Hey! Sachte! Also man, wie heißt du? Leon Das ist nicht viel Ich bin Luis Serra Und wie es aussieht, haben wir beide das falsche Hotel gebucht Hey! Lass das! Du tust mir weh! Und ich hab genug erfunden Ich verstehe, was du vorhast Nicht das erste Mal in so einer Lage Hm? Lass mich raten Du suchst hier nach jemandem? Sag nichts Vielleicht eine... Vermisst die Senorita? Eine junge Frau? Rede! Jetzt! Schon gut Sie sprachen davon eine Senorita wegzubringen Wegbringen? Wohin? Er weiß Aber später Dann hab ich sie jemanden zur alten Kirche... Zerren sehen? Ja! 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 Man seinetwegen... Geh ich noch... Ja! 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 Hey, will they stand? Wir sehen uns, amigo. Shit, meine Ausrüstung. Conda 1 an Basis. Habe Baby Eagle lokalisiert. Offenbar wird sie in einer Kirche festgehalten. Gut. Wir kommen voran. Die Info ist von einem Typen, den ich hier gerade getroffen habe. Luis Serra. Kam mir irgendwie verdächtig vor. Kannst du den mal für mich überprüfen? Wird erledigt. Ich kümmere mich drum. In der Zwischenzeit, geh zu dieser Kirche. Mach ich. Wird wahrscheinlich eh mal Zeit für eine Beichte. Conda 1 endet. Ich kann dich, aber ich kann dich nicht schlafen. Na bitte, da ist ja mein Zeug 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 Sorry, aber das gehört mir Da ist ja mein Zeug Da ist ja mein Zeug Wer ist das? Da ist ja mein Zeug Da ist ja mein Zeug Dann lass uns mal zum Geschäft kommen Ah, ich seh... Haha, alle Achtung, auf dich kann man sich wirklich verlassen Ich hab was Neues für dich Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen Ich hab nur die feinste Waren, da ist ja mein Zeug Wie, wo wir unsere Zeug, das ja mein Zeug... Wie bitte? Das willst du nicht... Hey, hey, gute Entscheidung Ich weiß, ich sage das oft Aber ich meine es ernst Haha, damit machst du nichts falsch Ich kann nicht angenehm... Reise! Willkommen! Hab seltene Ware im Angebot, Fremder! Kleinigkeit. Ob Robine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Danke! Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder! Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen? Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Na dann, was kann ich für dich tun? Da wäre noch Neukommen jederzeit wieder! Wo bin ich? Wo bin ich? W historians! Wo ist dieses Acts V гäste? Wo ist es bei mir, wenn ich will? Und wird schon! Wenn du ihn dort anfangen zu brauchen. Dies getren d salahne. Oh, hier geht's. Oh, hier geht's. Oh, hier geht's. Oh, hier geht's. Das war's für heute. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Da ist das. Das war's. Was ist das? Not de jodas! Allí va eso! ¿Dónde estás? Allí está! Allí va eso! Puede ser! Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Verschlossen! 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 Das war's. 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 Das war's.